Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Sonntag, dem 2. September 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily, 1257 und wahrscheinlich eine relativ kurze Folge, denn vielleicht merkt man es dezent, meine Stimme, die ist nicht mehr ganz da. Deshalb auch die letzten zwei Tage, die keine News-Episode rausgekommen sind. Ich lag im Bett und war krank. Ja, die heutigen Themen beschränken sich auf eines und das ist das, was am letzten Donnerstag bei uns abends und in Amerika am Morgen rausgefallen ist. Google Stadia ist tot. Google Stadia wurde ja schon von vielen Stellen an vielen Orten als tot erklärt. Das war so ein Running, nicht ein Running-Gag, sondern ich glaube, das war einfach Clickbaiting. Für viele Seiten hat es sich gelohnt, nach jedem Pieps irgendwie einen neuen Post von wegen Google Stadia ist tot rauszuhauen. Und so ist es dann leider jetzt aber auch wirklich passiert und zwar ziemlich, ziemlich unschön. Ich meine, Google ist ja Meister darin. Am Dienste raushauen, sagen, wir sind die Besten, wir sind die Grössten, kommt alle zu uns. Und wenn dann ein paar Leute bei Ihnen sind, sagen sie, ja, das waren wohl doch zu wenig Leute oder irgendwie haben wir uns das anders vorgestellt. Das Leben ist nicht ganz so grün oder was auch immer und man stellt es wieder ein. Für das gibt es die grosse oder den grossen Google Friedhof der mittlerweile, ich glaube, 100, irgendwas über 100 Dienste drin hat und Produkte drin hat, die nach einer gewissen Zeit wieder abgelaufen sind. Ich sage es ja immer schon wieder, wenn ihr Dinge tun möchtet in diesem Internet, auf die ihr bauen möchtet, lange bauen möchtet, schaut euch um, ob es nicht etwas Alternatives zu Google gibt. Ja, ich weiss, Google macht gute Dinge. Google macht auch böse Dinge. Das ist eine andere Geschichte. Aber die Dinge, die sie tun, machen sie in den meisten Fällen ziemlich, ziemlich gut. Gut, aber eben, sie schmeissen sie auch wieder weg. Und das ist bei Stadia passiert. Was heisst das jetzt für euch? Für all diejenigen, die da draussen nie Stadia ausprobiert haben, die können bewusst oder ganz schön über ins Sonntagsprogramm gehen und das tun, was sie sowieso tun wollten. Für alle anderen und oder die auf dem Laufen sein möchten, ganz kurz der Hinweis. Google Stadia stellt seinen Dienst ein per 18. Januar 2023. Das heisst, schon relativ schnell. Was müsst ihr jetzt tun? Kurz mal die Füsse stillhalten und nichts am besten. Denn es gibt Refund. Google hat sich entschlossen, das Ganze mit Geld zu beschmeissen. Und zwar mit nicht wenig Geld. Alles Geld, was ihr damals oder damals über die Zeit in Google Stadia ausgegeben habt. Sei das für die Founder Edition oder für die Extended Edition. Keine Ahnung, wie die immer heissen. Controller und Erstpakete etc. Sei das für Spiele, die ihr da drin ausgegeben habt. Oder sei das für die ganzen In-App-Käufe, die ihr getätigt habt. Was ihr nicht zurückbekommt, ist das Geld, was ihr in die Pro-Abos reingeschmissen habt. Dass ihr monatlich bessere Möglichkeiten und Spiele, die es gratis mitzunehmen gab, sichern konntet etc. Das wird nicht zurückerstattet. Ansonsten alles. Wie passiert das? Ganz einfach. Ihr müsst jetzt nicht zu Google rennen und denen an die Tür klopfen und die nerven. Nee, ihr bekommt im Laufe der nächsten Zeit eine Mail, wo das Ganze beschrieben wird. Das Geld kommt auch nicht in irgendwelchen komischen Google-Gutschein-Codes zurück, sondern in harter Währung. Sprich, wird euch auf ein Konto oder Kreditkarte zurückgebucht, die ihr dann auswählt. Das steht alles dann da in der Mail. Habt Geduld, schaut zwischendurch vielleicht mal auch in den Spam-Orden rein und dann kommt Geld zurück. Ich bin gespannt. Ich kenne Menschen, die haben da wirklich vierstellige Beträge reingeschmissen. Ja, die haben jetzt dann ziemlich viel Geld übrig, mit denen sie Dinge tun könnten. Zum Beispiel, einen kleinen Exkurs auf einen anderen Blog von mir, in andere alternative Investitionsmöglichkeiten investieren. Splint Invest, und das ist keine Werbung und oder doch, weil ich den Namen genannt habe. Ich habe da einen Gutscheincode, da bekommt ihr 50 Euro. Da könnt ihr es in Wein, Rum und andere harten Zeugs investieren, das ihr aber nicht austrinken müsst. Denn das ist das Gute daran, ihr sollt ja den Frust über den Stadia-Kauf nicht in Alkohol ertränken. Aber ihr könnt in Alkohol investieren oder auch in Uhren, Rolex und andere schöne Dinge. Aber genug dem Ganzen, ja, war gerade im Blogpost, den ich getippt habe. Deshalb, links wie immer in den Shownotes auf daily.geektalk.ch kommen wir zurück. Eben, das Geld bekommt ihr dann auf dem Weg zurück, wie es Google dann da ankündigt. Die Prozesse werden alle bis und mit, Google hat gesagt, Ende Januar abgeschlossen sein. Somit also einfach mal ruhig und stillhalten. Solltet ihr noch ein Pro-Abo haben, solltet ihr das unbedingt nicht kündigen. Denn das läuft noch bis zum 18. Januar 2023 weiter. In euch wird aber nichts mehr belastet. Das heisst, ihr bekommt da nicht noch die nächste Abrechnung pro Monat. Was haben wir hier noch? Vier Monate? Drei, vier Monate. Jeweils die zehn Währungseinheiten. Nein, das Pro für bestehende Kunden bleibt kostenlos. Also, da freue ich mich darauf. Ich kann jetzt noch bis um mit dem 18. Januar spielen. Und zwar so viel, wie ich bis jetzt gespielt habe. Genau. Was ist weiterhin nicht möglich? Ab sofort könnt ihr keine neuen Pro-Abos mehr abschliessen. Ihr könnt keine neuen Kontrollen mehr kaufen. Ihr könnt keine, auch alles sonst nicht mehr. Der Store ist geschlossen. Es ist, wie es ist. Aber ihr könnt das noch nutzen, was ihr habt. Ihr müsst die Hardware nicht zurückgeben. Auch wenn ihr das Geld bekommt. Dadurch, dass die WLAN kompatibel sind, kann man die auch andersweitig nutzen. Muss ich mal anschauen, wie genau das Ganze funktioniert. Was hier natürlich jetzt extrem schade ist, dass zwar ein Bluetooth-Connection in dem Dongle oder in der Fernbedienung, genau, im Gamepad mit drin ist, aber Google die nie freigeschaltet hat. Liebes Google da draussen, wie wäre es, wenn ihr jetzt für all die lieben Menschen da draussen, die solche Kontrollen haben, die sie wahrscheinlich dann sonst nicht mehr wirklich viel brauchen könnten, da Bluetooth aktivieren könntet mit einem der letzten Updates, das ihr vielleicht noch ausliefert. Denn dann könnte ich es zum Beispiel auch ganz einfacher oder noch einfacher an meinem iPhone, iPad, Android und was auch immer connecten für andere Möglichkeiten. Ja, und jetzt das Schlimme. Ich habe es ja schon angekündigt. Es gibt Geld zurück. Aber das Schlimme, das wirklich Schlimme daran ist, Google hat die Entscheidung ganz weit oben getroffen. Also die Big Bosse, es wusste niemand vorab, was da passiert. Es wurden die Entwickler, wenn ich das richtig in den ganzen Berichterstattungen herausgelesen habe, eine halbe Stunde vor Bekanntgabe. Bei der Öffentlichkeit wurden die Spieleentwickler informiert. Das Gleiche galt auch für gewisse Community-Teilhabenden. Aber das ist nichts, womit man mit Partnern umgeht. Und noch viel schlimmer, wie ich finde, das Gleiche ist auch bei den Mitarbeitern passiert. Auch die haben eine knappe Stunde, halbe Stunde vorher in einem Meeting erfahren, dass das Ganze eingestellt wird. Besonders hässlich, es scheint ja zumindest so, dass bis zum Schluss fleissig entwickelt wurde. Erst gerade vor kurzem hat ja Google im Stadia den 1040p-Stream richtig aktiviert und freigeschaltet für alle. Und auch viele, viele Spiele sind noch angekündigt, sind in der Pipeline, sind in der Entwicklung. Das sind Crowdfunding-Geschichten, die Geld gesammelt haben, damit sie dann schlussendlich das Geld, das Game bei Google rausbringen konnten. Was passiert ist mit dem Geld? Wohin geht das Ganze? Da ist es ziemlich, ziemlich hässlich. Und ich hoffe ganz stark, dass Google die Mitarbeitenden natürlich behalte, sofern die natürlich möchten. Ich glaube, die gehen jetzt massenweise zu anderen Herstellern, weil, ja, don't trust Google, was das anbelangt, das ist ziemlich unschön. Obwohl, ich möchte da nicht allzu stark auf Google rumreiten. Das ist natürlich in anderen Firmen und in der aktuellen Situation generell nicht einfach. Aber dennoch, so ein harter Cut, das ist einfach der Google-Way. Und das ist ziemlich hässlich. Genauso hässlich wird das für die ganzen Entwickler laufen, die unter anderem teilweise Exklusivtitel für die Plattform haben und für die jetzt einfach die Einnahmequelle weggebrochen ist von 0 auf 100. Ich bin mir da ziemlich sicher, da wird es, wenn nicht bei den Entwicklern oder bei den Mitarbeitern, bei den Kunden irgendwo eine Sammelklage geben, weil man einfach abgesägt wurde. Irgendwas ist in Amerika immer möglich. Ich glaube, da wird ziemlich sicher irgendwer dann auf die Idee kommen. Mein Tipp auf jeden Fall an der Stelle ist, geht auf takeout.google.com und exportiert eure Videos, die ihr da drin gemacht habt. Screenshots gehören da natürlich auch dazu, Spielstände und alles Mögliche. Da in takeout.google.com findet ihr die ganz unten beim S, logischerweise ABC, findet ihr in dem Bereich Stadia, hakt das an und ladet eure Daten runter. Und wenn ihr gerade mal dabei seid, überlegt euch vielleicht, es könnte ja noch das eine oder andere geben, was ihr da auch noch rausziehen könntet, wie Fotos und andere Dinge, und euch einfach ein bisschen von dem Konzern entfernen oder mal ein Backup zu machen, zumindest das, ja, oder Alternativen zu suchen, weil es gibt ja genügend da draussen. Cloud Gaming ist damit auf jeden Fall nicht tot. Ich meine, GeForce Now, was gibt es da noch? Alles Mögliche, vor allem genannt und immer wieder auch in der Daily, aber auch sonst im Geek Talk, im News-Motor-Format besprochen, die Lösung von Microsoft, das wäre meine, die ich in Zukunft eher mal dann ansteuern werde und oder wieder ansteuern werde. Ich hatte ja lange ein Abo und habe da auch zwischendurch mal, wenn es ergeben hat, gespielt. Aber wenn, in Zukunft wird es wahrscheinlich dann eher dort sein. Oder? Wir wissen nicht, was noch alles so kommt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können, euch noch einen schönen Sonntag und ich schaue, was ich morgen oder für morgen als Episode rausbringen kann. Ansonsten geht es im Laufe der nächsten Woche weiter, wenn ich dann wieder richtig ins Büro komme. In diesem Sinne, bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.